Musik Die Hersteller von Textil, Zellstoff und Bioenergie bieten nicht nur einen Mehrwert aus Holz, sondern auch den derzeit 25 Lehrlingen in der Ausbildung. Und zwar in den vier Lehrberufen Chemieverfahrens, Labor, Elektro- und Metalltechnik. Uns ist es aber auch sehr wichtig, dass die Lehrlinge selbstständig, also zur Selbstständigkeit erzogen werden. Sie hört sich jetzt ein bisschen an, wie die Mama nimmt die Kinder bei der Hand. Aber es ist auch so, wir bieten unseren Lehrlingen auch einfach Seminare an, in denen sie ihre Grundkompetenzen weiter ausbilden können, wo es über Ernährung und Gesundheit geht, wo man mal über Suchtverhalten spricht. Einfach das Allgemeine und auch das Selbstständige ist bei uns wirklich sehr wichtig und wird groß geschrieben. Attraktiv ist Austrossell für die Lehrlinge nicht nur wegen der abwechslungsreichen Ausbildung, sondern auch wegen der zahlreichen Benefits, die angeboten werden. Also im Sportheim können wir gratis unsere Freizeit gestalten oder wir kriegen ein vergünstiges Mittagessen dort. Wir kriegen auch Lehrlingsprämien bei guter Leistung in der Berufsschule. Wir haben auch andere Veranstaltungen, wo wir mit dürfen oder mit Lehrlingsausflug gibt es auch jedes Jahr wie Seminare. Die Basisausbildung erhalten die Jungfachkräfte in der betriebseigenen Lehrwerkstätte. Sechs Lehrlingsausbildner sorgen für individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Damit sind die jungen Baumwollmacher bestens für ihren Karriereweg gerüstet. Sportheim Vielen Dank.